Tomaten Forscher der Universität Malaga verbessern jetzt Tomaten, da sie das meistkonsumierte Fruchtgemüse der Mittelmeerregion sind. Sie erhöhten um 15 Prozent den Vitamin-C-Gehalt mittels eines Erdbeergens. Diese Tomaten haben einen höheren Vitamin-C-Gehalt und da es eines der meistkonsumierten Fruchtgemüse ist, könnte es zu einer bedeutenden Zunahme der Vitamineinnahme in der Bevölkerung kommen. Es gibt 200 Millionen Hektar genetisch veränderte Anbauprodukte in der Welt. Für diese Forscher könnte mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen die Gentechnik das entscheidende Werkzeug darstellen, um bekannten Produkten einen gesteigerten Wert zu geben. Also können Sie ein bisschen mitternacht sein und ein DennisProdukte